hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen episode night in the woods wir sind wieder ein bisschen unterwegs und gucken uns um ein bisschen im possum springs bevor wir uns auf dem weg zur band probe machen und wir haben hier gern getroffen der anscheinend irgendwas mit der polizei vor hat oder die polizei hat was mit ihm vor wissen wir noch nicht aber wir finden es jetzt heraus hey sup kid sniff sniff you smell weird why is my aunts car here that's your aunt yeah oh weird that like makes you half cop you will never have catch me how to worry about a whole but a whole movement world mildly dobisten volledig du I don't know what they're doing up there ha you go to harvest now over it cool I had kind of a weird time weird bad time actually it's a guaranteed weird bad time Ja. Are those people from yesterday still here? Ich weiß nicht. Wir sind nicht, wie gut Freunde oder was. Oh ja, ich weiß nicht, warum ich dachte, dass du es. Ich wusste nicht, ob sie ever mit Casey treffen. Out da irgendwo. Ich kann fragen. Ich wusste, was ich fragen. Ach ja stimmt, er läuft da jetzt auch immer hin. Real Talk, do you actually like watching us play? Ja, ich meine, du bist nicht gut, aber... Ja. Ach ja stimmt, er läuft da jetzt auch immer hin. Das ist mein Stil. Was ist dein Stil? Black Metal, Trash, Crossover und Hip-Hop. Ja natürlich, was denn sonst? Ich mag Witch Dagger, die sind irgendwie Metal. Oh ja, ich mag das Doomshit, oder? Tata Durga. Was soll das wieder bedeuten? Haha. What? You know, one time a guy followed me home. Like, a guy from the tracks. What? Okay, whatever. What did you do? It was like some night back in the summer. And out of the corner of my eye, I could kinda see this dude. Take this turn out of the parking lot. And start creeping up the hill. Like 50 feet back. But like I didn't want to look right at him. Baaah. Baaah. I took a detour through the woods and sat in a tree. It was getting dark, but like... I could see him standing just off the road. Waiting for me to come down. Holy shit. What did you do? After it got dark, I climbed down. And I got up the hill real quick. Baaah. Yeah, it was a weird bad time. Baaah. I'm so upset right now. Haha, no right. See ya. Baaah. Ja, dann mach's gut mit deiner creepy Geschichte. Mann, Mann, Mann. Ey, was die Leute hier alles erleben. Und was macht unsere Tante hier eigentlich? Ist sie noch da? Ja, sie ist da. What were you doing out here last night? So, someone kidnapped someone. Ja. Was hast du hier draußen gemacht? Na gut, sie ist Polizistin. Es ist ihr Job, in der Nacht irgendwie draußen zu sein. Aber ich sag's nochmal. Das, was ich dir letztens schon mal gesagt habe. Aber ich hab da gesehen, wie jemand ein kleines Kind mir genommen hat. Tell me what you saw again. Someone in a big old coat with someone over the back. Huh? And you chased them down here. Yeah, and I got to the fence and they were up in the woods. Alright, thank you, May. Ah, I knew you were just gonna brush this off. May, there's been no missing person reports. That tends to happen when a kid goes missing from something like Harvest. Well, I got six calls about kids out too late. There would be a report. I'm reporting this. This right here. This is a report. May, there's no break in the fence. So? So, unless someone could jump the thing while carrying a teenager, who hasn't been reported as missing. Any theories, May? Could have gone around? I don't know, May. This fence goes out along the parking lots. Almost to the tracks. For you to be right behind them and then to be miraculously on the other side of the fence. I was running around half the night. Getting after teenage bullshit and people scared of clotheslines and noises. I... You... You... Are you trying to kick off a horror movie? No one believes the girl who saw the ghost. Well, I have bad news for you. The cop always dies. I'm sorry we are talking about a ghost now. It must have gone through the fence. Really, May? No, yes. I don't know. I'm really tired. That's kind of what I thought. Yeah, the marks good. We'll at least check the woods. May, me and Dan McConnell were up there this morning because of what you said last night. From the fence up to the old mine. We found a couple of teenagers on a gross mattress. We saw some worried looking deer and one deer hunter out too early. That can't be it. That is it. God damn it. The cop always dies. Yeah, exactly. Wo ist er hin? Ich habe die Figur doch ganz genau gesehen. Und ich werde nicht ruhen, bevor wir nicht Licht hinter dieser Sache gebracht haben. Bevor nicht alles aufgedeckt ist. Aber vorher haben wir Wichtigeres zu tun. Wir müssen zur Beinprobe, bevor wir ein Verbrechen aufklären. Wobei, ne Quatsch, äh, noch nicht Bandprobe. Ich habe ja noch was vergessen. Wir können ja noch hoch zur Kirche gehen. Das habe ich total vergessen. Oder habe ich das gemacht? Ne. Ne, habe ich nicht. Gut, okay, dann müssen wir da noch schnell hoch. Bevor wir zu Greg gehen und damit die Bandprobe starten. Dann müssen wir da schnell nochmal hoch. Aber gut, das ist ja fix erledigt. Kein Problem. So, die Old Pickaxe. Bei Beer waren wir ja schon. So, und da geht's hoch. Okay, zuerst in die Kirche oder? Ne, gucken wir jetzt erst nach hinten. Mal sehen, was unser Obdachlosen-Kumpane gerade so umtreibt. Wenn er denn überhaupt da ist. Aber gehe ich mal kurz davon aus. Ah, Pfarrer. Ich fühle mich nicht richtig. Ich weiß nicht, aber manchmal die richtige Sache nicht richtig fühlen. Ich denke, es ist einfach falsch zu nehmen. Aber Leute wollen Sie nicht zu nehmen. Nun, ich fühle mich Gott würde das anders sehen. Ich bin zumindest. Hm. Das ist weil du ein guter Mensch bist. Hm. 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 Was ist in hier los? Hey, hey. Hey, hey. Hey. So, I had this really bad dream last night. Me too. I dreamed I was a pizza. And I was afraid someone would slice me. Geez. Yep. That just makes me sad we don't have a pizza place anymore. Go to order it from out by the highway now. Go to order it from out by the highway now. Tragic. I had a dream I was a goose flying south. And I had to keep up with the other gooses or I would get lost. That's sad. What a good dream. What are you all talking about? Big meeting coming up. City council. Yup. About? About Bruce here. Hm. That's intense. We would appreciate your prayers. This is precisely the kind of time where God shows up. Hope so. Me too. Jo. Okay. Irgendwas will der Stadtrat über Bruce besprechen, aber ich frage mich halt, was? Genau. Dass sie ihn aus der Stadt schmeissen wollen, oder? Ich verstehe es nicht. Moment mal, sie haben ja irgendwann mal gesagt, dass sie Bruce eventuell ja in der Kirche wohnen lassen wollen. Vielleicht geht es ja darum. Auch möglich. Ich darf irgendwie nicht immer davon ausgehen, dass alle Leute Arschlöcher sind. Manche Leute wollen auch einfach nur Gutes tun, auch wenn diese Leute, so wie es einem manchmal vorkommt, in der Unterzahl sind. Ja, aber gut. So, hallo Mama. Hey, hey Church Mom. Hey Heathen Daughter. Oh, I will make it in here someday. But come on, seriously, no one likes getting up on Sunday. I find it very enriching. Your father does, too. Mostly. But he attends, and that's important. And he knows it means a lot to me. Alright, well. Guilt, Sorrow 3, Crypt. You do work for the church. That's not what faith is like, hon. There's more grace than condemnation. Kind of. Whatever. Alright. I'm out. See you later, sweetie. Well done. See you later, Mother. Ich schätze mal, hier wird niemand sein, hä? Wenn der Pfarrer draußen ist, wird hier wahrscheinlich niemand drin sein. Höchstwahrscheinlich. Love. Peace. Joy. Niemand ist zu Hause. Wer nimmt mir denn jetzt meine Beichte ab? Gar niemand anscheinend. Okay, gut. Dann haben wir uns jetzt aber wirklich komplett mal umgeguckt. In der Stadt mal wieder. Dann geht's jetzt auf zur Bandprobe. Jetzt aber wirklich. Wobei ich mich jetzt schon denken kann, dass diese Beinprobe, dass die jetzt ein bisschen schwerer wird. Ich meine, es war schon zwischen der ersten Beinprobe und der zweiten Beinprobe, war schon so ein gewisser Sprung in den Schwierigkeitsgrad, den man gemerkt hat. Und ich glaube, das wird jetzt doch viel komplizierter. So wo ist hier jetzt die, die der Falcon-Dinx-Bombs? Der Snack-Falcon da ist er. Hey Crack. Sup, dude. Ah. 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 Long night. Weird night. What's up? I will tell you a band practice. Cool. Whatcha up to? Just saying hello. Head out to band practice. Okay. Yeah. Let's do this. Ach, ich hätte vielleicht vorher noch die andere Dialogoption ausschöpfen sollen. Aber auch egal. Wir sind wieder da. Bandprobe. Los geht's. Back to watch this fiasco again. Yep. You are no... You are no... Blup. You are our only fangirl. I am just here to be entertained. I am a gentleman on leisure. Nice. Ready to play? Yeah. Gokun wins Crack. He is all slow today. Can do. Hey Angus. Hey hey me. What's up? Uh... Nothing. I am having a very boring week. Geez. I am envious. Huh? Hmm. Also done Crack. Los geht's. Hey dude. You okay? You look tired. Ah. I was up all night. They were fixing the roof door. And it was super loud. Roof door? Yeah. The door at the top of the stairs. That goes out on the roof. Now I can like... I don't know. Run from that door down in the lobby. Up to the roof. And pee off the side of the building. Das alles du vielleicht nicht tun. Eh... Maybe not. But what's to stop random people from doing that too? Dude. It will be fine. Sorry I'm just tired. Fair. Ready to go? Yeah. Let's do this shit. And then los geht's. Pumpkinhead guy. Geiler track. Ja. Ach du Scheiße ey. Ah. Da. Okay. Ach. Meine Fresse. Ich hab's doch gesagt. Das wird fucking kompliziert werden. Okay. So könnte es von mir aus die ganze Zeit sein. Das ist meine Art. Alter. Diese Tastenkombinationen hier sind kompliziert. Alter. Ich check's nicht. Ich komm hier immer durcheinander. Ja, was geht denn jetzt wieder ab? Ich drück einfach irgendwas. Ich hab sowieso keinen Plan mehr was abgeht. Alter ey. Boah ey. Das war jetzt nicht so gut. Heilige Scheiße. Boah war das schwer. Ja. Wow mei. Das war... Uh. Pretty bad is what it was. I literally do not know this song. Jetzt mal kurz los Leute. Hehehe. Whoo. So fast. You just push the button. Hmm. I am so tired. I straight my vocal cords yelling. Awesome. I am gonna sound so husky. Und... And... I don't even know if there... Are dreams or not. And this guy. Who I think was a ghost. Kidnaped some kid and also I think was in my head after. While I was sleeping. And anyway. Yeah. I think I need to do something. Because this is scary. So. Heading me up to? Yeah. Well. That's not what I was expecting to hear tonight. Are you okay dude? Yeah. Yeah. I am not like losing it or something. It probably wasn't a ghost. Yeah. Probably not. Yeah. Definitely. Ah. Okay. Fine. I will go figure this out by myself. Ah dude. Don't be like that. You got us. Aww dudes. Okay fine. Hehehehe. So we need to maybe see if there's like some ghosty stuff happening around here. Like from a source we can trust. Such as? Does the newspaper have like a ghost section? What? Why is that a dumb question? You know we could go check the library. For books? About it? No. They have their local paper on file. Going back a century. If there's some secret history of kidnapper ghosts. We would find it there probably. Oh wow. I didn't know they had that. I thought it was just like a broken down old bunch of books. When's the last time you were at the library? We actually have one of the nicer ones around. Huh? How? Rich due to pay for it way back then. Yeah they set up a foundation. And... Never mind. Let's go. Can we regroup after? Huh? Sure. Okay. We'll be back. Woohoo. Ghosties. That's the spirit. Okay. Okay. So are we going with Bea now in the library? Or are we coming with? Or just Bea? I'm not 100% sure. No. It's just Bea. Look. Jobs. Weird like. When it was painted it was like... Hey! Look out the window. We're all working. Things are great. Now it's like... One of the graffiti murals. After someone gets shot or hit by a car. This mural is really affecting you, huh? I forgot that we live in separate realities. Mine is clearly better. Dead. Oh! Auch schöne Zeichnung. Einfach nur ein schwarzer Fleck. Und da auch noch die Geisterfigur. Harvest! Sehr viele... Dingspops Dinger. Selben der Name hier ein. Kürbisse! Na geht doch. Okay, gut. Wir sind jetzt also in der Bibliothek. Und da werden wir uns auch mit Bea so ein kleines bisschen mal umgucken. Und Bücher suchen, in denen es um Geister geht. Aber das erst alles in der nächsten Episode von Light in the Woods. Und bis dann sage ich tschüss. Auf Wiedersehen. Und man sieht sich!